Hier ist wieder Markus Lehmkuhl für Dich. Gönn Dir Impulse und Anregungen für mehr Bewusstsein und Sinnhaftigkeit in Deinem Alltag. Abseits der ganzen Schreierei nach permanentem Erfolg. Heute reden wir über Drogenboss Weihnachtsmann. Und was hat es mit dem Drogenboss und dem Weihnachtsmann auf sich? Das kann ich Dir sagen. Das hat damit zu tun oder mit dem Gedanken gut zu tun. Vielleicht weiß es der ein oder andere, dass Konstantinos Dukas und ich gerade dabei sind, ein Buch zu schreiben. Und da geht es um die Gegenüberstellung von unterschiedlichen Möglichkeiten, wie Du aufwachsen kannst. Also die meisten wachsen ja in einem ganz normalen Familiensystem auf. Und ja, bei dem Costa ist es halt so, dass er von klein auf, ja wirklich wie in der freien Wildnis und der Natur, in Waisenhäusern, Kinderheimen und so weiter aufgezogen wurde bis zu seinem 21. Lebensjahr. Und ein ganz anderes Aufwachsen gewohnt ist und gewohnt war, ja als wir Menschen und die meisten von uns. Und dem gegenüberstellend gibt es da so einen Vergleich oder so ein Kapitel, wo es heißt, ah okay, wie wachsen die Familienkinder auf und warum sind die immer unzufrieden und warum ist es nie gut genug? Und ja, warum haben die sich immer oder hat er beobachten dürfen, dass diese Familienkinder, und es ist ja heute auch noch so, sich eigentlich immer permanent beschweren über das, was ihnen ermöglicht wird und ermöglicht wurde und so weiter. Und was hat der Weihnachtsmann damit zu tun? Ganz einfach. Wenn wir geboren werden, dann gilt es ja darum, dass wir von vornherein in ein System gepresst werden, wo es Bedingungen zu erfüllen gilt. Ruhig zu sein, lieb zu sein, süß zu sein, niedlich zu sein, die Eltern stolz zu machen, zu sein, zu sein, zu sein, zu sein, also welche Bedingungen hast du zu erfüllen, um dafür eine Belohnung zu bekommen? Gut behandelt zu werden, beschenkt zu werden, belohnt zu werden, von klein auf. Und wir finden das total süß, wie die kleinen freuen, über dieses, jenes und welches. Aber es hängt immer damit zusammen, dass es gilt, Bedingungen dafür zu erfüllen. Und was macht es mit uns Menschen? Warum wird das gemacht und wer hat uns das eigentlich beigebracht und warum? Was wird da trainiert von klein auf? Ich nehme nur ein Beispiel, es ist Weihnachten. Es gibt andere Bedingungen, ja, es heißt ja immer, du musst gehorchen, also es gibt überall von allen Seiten, du bist auf der Welt, du kannst hier gerade sprechen, denken, gucken, dann geht das schon los, wie du zu sein hast. Von der religiösen Seite her, also welche, welche Haltung, welchen Glauben, welche Dinge hast du zu tun? Von der Schule her, von den Freunden her, wie hast du dich zu benehmen? Also ein Korsett an Benimmregeln, an Erfüllungspflichten, die du zu tun hast, um dann entsprechend belohnt zu werden, beziehungsweise auch mit dem Gefühl belohnt zu werden, du gehörst dazu, du bist einer von uns, du gehörst zu unserem Stamm. Du bist zugehörig, du wirst nicht ausgegrenzt. Oder du machst die Eltern stolz oder wie auch immer. Also ein Mehr an Bedingungen, was es zu erfüllen gilt, um dafür belohnt zu werden. Und was macht der Weihnachtsmann? Vielleicht finden wir das niedlich und vielleicht finden wir das lustig und da gibt es ja tausend an, was macht der Osterhase, was macht der Nikolaus, was machen die ganzen Heldengeschichten? Denn sie zeigen dir oder erwarten von dir, wie du zu sein hast, um ein Held zu sein, um zugehörig zu sein. Welche Bedingungen hast du zu erfüllen, um dafür Belohnung erfüllt zu bekommen? Also ein Austausch von Erfüllung, um eine Balance herzustellen, von Geben und Nehmen. Nur, dass diese mit den Regeln nicht von der Natur erschaffen wurden, sondern von Menschen. Irgendwann. Durch Gruppierungen, Religionen oder was auch immer. Die Regierung stellt Regeln. Alles ist unter Bedingungen gestellt. Und was macht es denn mit uns? Und was sagt das über uns als Mensch aus, wenn wir auf die Welt kommen? Was ist die Aussage? Wenn von allen Seiten Bedingungen gestellt werden, die du erst noch mal zu erfüllen hast, um belohnt zu werden, mit was auch immer, dann sagt das ja im Umkehrschluss, du bist nicht gut genug, so wie du bist und wie du gekommen bist. Das reicht noch nicht, um hier dabei zu sein und mitzuspielen. Du musst erst was tun. Und da dürfen wir uns mal die Frage stellen, woher kommt denn das Gefühl, was wir doch zumeist alle kennen? Jeden Tag dieses Gefühl zu haben, zu müssen. Ich muss noch. Ich soll. Ich muss hier hin. Ich muss das. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Aber nicht ich darf oder ich bin oder alles gut so. Ich muss erst was tun. Ich muss was tun, um. Um, um was zu bekommen. Also was trainieren wir? Worauf trainieren wir unsere Gedanken? Unsere kleinkindlichen, ja, jungfräulichen Gedanken, die sich erst noch mal bilden oder Gedanken oder Synapsen, die sich da bilden. Wir trainieren sie darauf, Bedingungen zu erfüllen. In der Zukunft. Und ist es nicht so, dass dieses Gefühl, dieses Muster, ja nahezu bei jedem und ein Leben lang hält, dieses Gefühl? Und ist es nicht so, dass dieses ein Muster, dieses Bedingungsmuster eine Art Sucht ist für eine Belohnung? Ich muss erst was leisten, um zu bekommen, um mich zu entlohnen, um mich zu belohnen. Also bei jedem Drogen-Thema ist es so, ich muss anschaffen, um mir Drogen kaufen zu können. Ich muss trinken, um ruhig zu werden. Ich muss Tabletten nehmen, um angeblich gesund zu werden. Ich muss das tun, um zu. Weil ich glaube, dass es Unzulänglichkeiten gibt, dass ich glaube, dass ich nicht komplett bin, weil das wird mehr suggeriert dadurch, dass ich erst durch die Erfüllung von Bedingungen vollwertig bin. Wertvoll bin für diese Gesellschaft, für mein Umfeld, für die Eltern, wie auch immer. Und was hört nie auf? Und was ist nie genug? Die Belohnung. Und das, was auch Konstantinos als Heimken beobachten konnte und durfte, da er ja an diesem System nicht teilgenommen hat, dass nie eine Zufriedenheit, nie ein Gut genug eingetreten ist. Weil dieses Gut genug ist dir ja von Anfang an eingetrichtert worden. Du bist nicht gut genug, so wie du bist und wie du gekommen bist. Du musst erst was dafür tun. Du bist noch nicht komplett. Und das lässt uns in die Sucht abdriften, uns selbst die Belohnung zu ermöglichen. Entweder müssen wir Bedingungen erfüllen oder wir wählen andere Szenarien, um belohnt zu werden. Anfänglich von den Eltern, die uns da was kaufen müssen, ermöglichen müssen, weil es ist ja ein Deal, den wir mit denen geschlossen haben. Die fordern was und die geben dann was. Und was passiert, wenn die Belohnungen dann ausbleiben? Zum einen ist diese Balance gestört. Ich erfülle eine Bedingung und dafür hat jemand Belohnung zu erfüllen. Und wenn das ein oder andere ausschlappt, gibt es eine Disbalance und eine Unzufriedenheit. Was machen wir dann? Wir gehen auf denjenigen los, der seine Erfüllung nicht eingehalten hat. Dann sind die Eltern doof oder die Kinder sind doof oder sind nicht erziehbar. Was auch immer. Oder wenn die Kinder irgendwann erwachsen sind, dann müssen sie sich selber belohnen. Das heißt, in den Konsum gehen. Also was wird da gemacht? Wie niedlich ist das wirklich mit diesem Weihnachtsmann und Nikolausen? In jeder anderen Religion wird es ähnliche Rituale geben, die Bedingungen stellen, damit du belohnt wirst. Durch Feste oder Kommunion oder weißt du selber, was es da alles so gibt? Worüber wir so lächeln. Und was tun wir uns da an? Zum einen die Eltern, die das mal einfach so übernehmen und das lustig finden für die Kinder. Das ist ja niedlich. Aber worauf trainieren wir uns da gegenseitig? Die Eltern müssen erfüllen. Die haben ein Elternbild, was sie zu erfüllen haben, damit die Kinder gute Kinder sind. Und die Kinder müssen erfüllen, damit die Eltern gute Eltern sind und so weiter. Wir sind in einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Aber von wem ist das gemacht? Also die Natur macht es nicht, die Tiere machen es nicht. Die machen es alle nicht. Wir folgen einem künstlichen System. Wir sind Süchtige. Wir werden als Süchtige erzogen. Das ist mein Blickwinkel darauf. Und wir hören nicht damit auf. Und natürlich fördern wir dadurch den Konsum. Aber wir sind nie zufrieden. Weil wo sind wir mit unseren Gedanken? Wir sind immer in Zukunftsszenarien, wie ich gewisse Bedingungen erfüllen kann, um irgendwas zu bekommen. Ich bin aber nie im Hier und Jetzt. Wenn ich aber von klein auf dazu erzogen werde, du bist so noch nicht gut genug, wie du bist und du musst erst das dafür tun. Und ich muss von klein auf, vom ersten Jahr an, wann der Weihnachtsmann und Nikolaus und wann die alle auftauchen oder Geburtstage und so weiter. Ich muss beweisen. Ich muss mein Leben lang beweisen. Ich bin in einer Beweisrolle und in einer Beweispflicht, dass ich A in der Lage bin, diese Bedingungen zu erfüllen und gut genug und fähig bin, diese Bedingungen auch auszufüllen, um mich zu belohnen. Mich selbst zu belohnen, durch andere belohnt zu werden, durch Anerkennung, Zugehörigkeit und was uns da alles vorgegaukelt wird. Aber wenn ich doch von Anfang an und klein auf und mein Hirn und meine Aufmerksamkeit und Energie so trainiert werde, dass ich in einer Beweispflicht und einer Beweisrolle bin, Bedingungen zu erfüllen habe, um wann bin ich denn mal ich selber? Nie? Wann bin ich denn mal bei mir und nicht immer in einer Beweispflicht, in einer zukünftig zu erfüllenden Bedingung? Heute, morgen, übermorgen? Und, ja, letzten Endes, wenn wir da auf dieser Erfüllungspflicht sind, ganz ehrlich, das hört sich jetzt zwar hart an, aber das ist für mich wie Anschaffen, das ist wie Kinderprostitution. Selbst die kleinsten Kinder müssen sich schon verbiegen für irgendwas, für irgendwelche Bedingungen, da sie angeblich nicht gut genug sind und nicht komplett genug sind oder in ihrer körperlichen Hilflosigkeit, dass sie stets Bedingungen erfüllen müssen. Und so, wie wir da als Kind in dieser Prägefase aufwachsen, trainiert uns das fürs Leben. Das ist eine Synapsenverbindung, das ist eine Logik in uns, die wir nie ablegen können oder selten, es sei denn, wir machen uns diese mal bewusst. Was das eigentlich für Gedankenschleifen sind, wo wir mit unseren Gedanken sind, in welcher Beweispflicht bin ich denn da, wem gegenüber, mir gegenüber, wem gegenüber, wem will ich es beweisen? Oder aber will ich es dem beweisen, der mich nicht mehr entlohnt, sondern meine Eltern, die dann doof sind, die auf einmal damit aufhören und ich selber dafür sorgen muss, mich zu entlohnen. Aber glaubst du allen Ernstes, dass die Eltern damit cool sind? Die fühlen sich auch immer mies, ob sie ihrer Elternrolle gerecht werden, ja, ob die ihre Bedingungen erfüllt haben. Das ist ja alles ein vorgedachtes System. Vorgedacht heißt, menschengemacht, nur ist das richtig so? Ist das der richtige Ansatz, so uns ins Leben zu führen oder unseren Nachwuchs ins Leben zu führen? Uns selbst auch als Eltern oder als Kind oder als Großeltern in dieser Erfüllungspflicht zu halten, also in dieser Sucht, solange wir dieses Muster nicht erkennen und damit mal durchbrechen können? Und jetzt guckt mal zu Weihnachten, wie viele Menschen und auch Erwachsene noch in dieser Hoffnung, in dieser Illusion, in diesem Märchen sind. Und ich finde, das nimmt immer mehr zu, das wird immer länger, das wird immer idyllischer, also man begibt sich in dieses Märchen immer wieder rein. Man geht immer wieder in diese Sucht rein, man bildet sich ein. Ja, wir alle wissen, dass das nicht der Realität entspricht, aber wir begeben uns da rein, wir beleuchten uns von oben bis unten immer länger, immer mehr Weihnachtsmärkte und, und, und. Also wir gehen immer wieder in diese Illusion rein und tauchen da ab. Aber wovon? Von unserer Realität, die wir jeden Tag erleben, unsere Erfüllungspflicht, unsere Gefühl von Muss, was wir da mal beiseite schieben und uns in eine Hoffnung begeben, wo wir dann einfach mal nichts tun müssen, brauchen, um dann wieder schweren Herzens in unseren Alltag zu gehen. Also wie niedlich ist das alles? Was tun wir Menschen uns da an? Worauf trainieren wir uns von Anfang an? Und wieso kommen wir da nicht an, an einen Zufriedenheitspunkt, wenn wir doch immer einer Belohnungssucht nachlaufen, auf Basis der Tatsache oder Unterstellung würde ich sagen, weil ich glaube nicht, dass es eine Tatsache ist. Ich glaube, dass wir völlig, komplett und vollkommen auf diese Welt sind und auf diese Welt kommen und mit dem ausgestattet sind und dem Wissen ausgestattet sind, um für uns zu sorgen, für das Nötigste zu sorgen. Vielleicht magst du dir mal Gedanken dazu machen, für dein Leben, für dich selber, wie hast du das erlebt, wie siehst du das, wie siehst du das für deine Kinder, in welcher Rolle bist du da, als Kind, als Elternteil, als Großvater oder was auch immer. Dass das, was so niedlich erscheint, was so selbstverständlich erscheint, gar nicht so niedlich ist und vielleicht auch für uns als Mensch gar nicht so wesentlich ist, sondern uns vielleicht entführt auf einen Weg, der nicht wesentlich ist und der nicht natürlich ist. Dein Markus Lehmkuhl Und das ist so cool.